Ich hab's jetzt hier schon mal aufgerufen, äh, Pioneer Challenger Decks 2022 Release Date Update. Ich war todtraurig, als ich das gelesen hab, weil es hat jemand in den Kommentaren unter unserem Video zu dem Thema geschrieben. Und sie schreiben hier, do do ongoing supply chains disruptions, we are moving the release date for Pioneer Challenger Decks for Europe, also für Europa 2, December 9th 2022. Also, erst war's Oktober, ich glaub, der 6. Oktober sollte es erst sein, dann 4. November und jetzt 9. Dezember. Das sind zwei Monate, nachdem das Produkt angekündigt wurde und wahrscheinlich drei oder vier Monate, nachdem es eigentlich hätte rauskommen sollen, jetzt nachdem wir die Liste gesehen haben. Ähm, ja, ich ... Es fühlt sich so unfair an, oder? Hast du noch Hoffnung, dass die dieses Jahr rauskommen? Ey, also, das Ding ist, je länger sie warten, desto unwahrscheinlich ... Also, auf der anderen Seite ist es Pioneer. Sie werden nie wirklich irrelevant sein. Also, ich find auch, zu einem gewissen Maße sind auch zum Beispiel die letztjährigen Challenger Decks immer noch relevant. Ja, klar. Mono Red hat zum Beispiel halt vier Monastery Swifts, vier hier von dem anderen Prowess-Typen, glaub ich, drin. Also, auch noch immer noch relevant, wenn man das sehen möchte. Ähm, aber ja, deswegen ... Ich mein, wir haben schon in der letzten Folge viel dazu gesagt. Die Listen, also, Isid, Phoenix, ohne vier Phoenixe und ohne einen Ledger Shredder, ist halt irgendwie albern. Ähm, ist zweitens cool, dass sie Shocklands drin haben, äh, aber auch auf der anderen Seite ist Alls of Humans wirklich nicht mehr die Top-Tier-Liste. Es ist ein bisschen ... Also, je länger sie sich Zeit lassen mit dem Release, desto dominanter wird das Problem, dass halt einfach Raktors Midrange nicht mit aufgeführt ist in einer der Top-Decks. Genauso wie Monogreen-Devotion-Listen, wo jetzt auch immer die Frage ist, oder kann man auch gegenargumentieren und sagen, okay, das soll ja keine Abbildung der aktuellen Meta-Decks sein, sondern halt einfach gute Einstiegs-Decks. Und das sind sie nach wie vor, das werden sie auch wahrscheinlich noch nach, äh, oder auch im Dezember noch sein. Aber auch im Dezember muss man auch sagen, dann ist auch schon wieder, ähm, Brothers War. Und je nachdem, was in Brothers War kommt und je nachdem, wenn's problematische Karten in Brothers War geben würde für Pioneer, sind diese Decks vielleicht noch irrelevanter, weil jetzt noch mal ganz andere Strategien dazukommen. Und so, ja, ich weiß nicht, woran's wirklich konkret liegt, warum sie nicht, äh, auch schon theoretisch vor Oktober hätte rauskommen können. Aber, äh, sie verpassen auf jeden Fall eine Chance, jetzt den aktuellen Pioneer-Cycle halt eben mitzunehmen. Und gefühlt sind sie jetzt schon später an. Aber, ähm, ja. Ja. Meine Kaufentscheidung wird's wahrscheinlich nicht ändern. Also, ähm. Ja, bei mir bin ich nicht sicher. Ja, sie gehen damit in den Dezember rein, sie gehen damit in eine Zeit rein, äh, die traditionell von Weihnachtsgeschenken käufen und ähnlichem, äh, voll ist. Ähm, und sie gehen aber nicht so weit nach hinten, dass man sagen könnte, hey, die Decks kommen am 16. raus, Oma, schenk mir die doch mal zu Weihnachten oder so. Ja. Sondern sie bringen sie halt an einen ganz weirden Spot raus. Und, ähm, da muss ich halt sagen, dass, wenn die überhaupt noch dieses Jahr kommen. Wir haben das ja auch schon gesehen mit dem Herr-der-Ringe-Set, das ist jetzt auch in zwei Jahren verschoben worden. Und, äh, da haben wir, da haben wir schon noch einige Sachen, die verschoben wurden. Ja, aber ich denk mir so, also, es ist kein fairer Vergleich, den ich jetzt machen werde, aber, ähm, trotzdem, wir kriegen jedes verdammte Set, kriegen wir Commander-Decks, wir kriegen Arena-Starter-Decks, wir kriegen, ähm. Ähm, jetzt Jumpstart-Booster und so weiter und so fort. Und dann schaffen sie es nicht, Challenger-Decks, ein einzelnes Produkt, also eine Ladung von vier Decks irgendwie rechtzeitig in die Läden zu bringen, dass sie relevant sind. Sie schaffen es seit über einem Jahr nicht, ein Secret-Leer-Commander-Deck auszuliefern. Ja, das kommt auch noch mit dazu. Dafür haben sie ja das Geld zumindest ja schon, ne? Und das ist halt ... Ja, das Geld haben sie natürlich schon eingestrichen. Vielleicht, vielleicht ist das halt auch genau das Problem. Du hattest, glaub ich, schon mal vor ein oder zwei Folgen, ähm, die These in den Raum gestellt, dass es halt eben, äh, äh, ja, dass es halt eben vielleicht auch zu viel Produkt ist, was grade gedruckt wird. Und dass sie jetzt, äh, das nicht mehr, ja, für November ausliefern können, ähm, weil sie jetzt grade, weiß nicht, Brothers War drucken oder diese Gottverdammte Adventskalender. Ähm, oder was auch immer. Also, ja, das ist halt, äh, das ist halt, äh, ja, schwierig, schwierig, ne? Also, aber das Ding ist, ja, also, ich mein, im Endeffekt, ich hab auch schon im Local Games Store nachgefragt, ähm, wie teuer die Dinger sein werden. Wahrscheinlich werden sie mehr so, zumindest was ich gehört hab, mehr so in Richtung 50, 55 Euro gehen, äh, pro Deck. Ähm, aber da kommt's wahrscheinlich auch auf Supply und Demand an. Also, wie viel wird da im Endeffekt dann da sein? Ähm, und, ja, das, äh, das ist halt quasi nur ein, ein kleines Update zu, äh, den Pioneer Challenger Decks. Ein kleines Trauriges. Ein kleines Trauriges. Genau. Ähm, ja, genau, äh, jemand hat so noch im Chat geschrieben, äh, thank you for your patience and understanding. Äh, na, hab ich aber nicht wirklich patience und understanding, was das angeht. Äh, na, hab ich gehört.